leder wir brauchen ein leder habe ich ja dann alles da liegt noch mehr xp war auf jeden fall jemand er die frage ist ist dann die wolle irgendwo in der nähe wahrscheinlich will ich jetzt sich an sich gerne da lasst mal kurz an den rand gehen und kraften wir kennen das skelett und machen uns kurz nehmen das noch mehr xp oder xp droppen ja nur wenn das von einem spieler getötet wird wenn es irgendwie einen skeletten schweinlose kippt ja glauben ja nur eigentlich nicht dann kommt ja nur zeug und so halt vielleicht oder so in dem fall das absurde kurs ist ich pass auf hat erschreckt ich habe schnaufen gehört das war bestimmt auf der anderen seite das war ich du musst mit dankeschön aufgepasst ja er hat seine hausaufgaben gemacht jetzt wäre es noch nein ich habe ein obsidian zu wenig abgebaut was hast du einen texture pack mal so als freige gar kein so ein level würde ich sagen denke ich gebe keine zwei aus gibt mir eins jetzt bin ich einfach zwei so beim smite 1 am breaking 1 toll erst mal scheiße bekommen jawohl ja guck ruhig bei scharten dass ob du schatten ist zwei christner ich würde jetzt meine chest bleibt aber da reicht auch zwei oder ach so da steht es doch dran es steht dran protection 1 ja dann mache ich mir gleich noch mal neues aus ich wusste nicht dass mittlerweile dran steht soll ich meinen wischen mir das lapis wieder geben ich habe das 10 der gegeben ich habe schatten ist 1 und power 1 scheiße fire protection kannst du mal sticks zu werfen und noch einen eisen ich mach mal ein paar schwerter für uns am besten da wo ich stehe es geht gerade so die holz bringen ich brauche nur sticks ja ich habe keine sticks mehr dann kraft immer kurz sticks ich habe das ding noch offen das eisen auch bitte alles zu mir werfen ich sammle das gerade nicht auf ich habe mir noch kurz allein heißen schwert gemacht dass ich das noch schatten kann ja ich mache ja grad von spider ja ich habe jetzt meine rüstung hat fertig alles mit protection 1 und so das sind ein paar eisen schwerte weiß es ist absicht ach klaro liebe sind nicht dem klar doch ich bin den händler und du bist einer platte na gut gehen wir meinen lapis wieder läuft sie durch alles durch ich habe ich muss ja auch ein bisschen verzaubern oder du machst einfach alles und ich halt ausschau soll man es so machen machen ich krieg gerade nuss malte knockback sind doch immer die ja mach du das alles mach fünf level hast du fünf level ich habe elf ja dann hier und hier kombinieren jetzt bräuchten wir noch mal ein bisschen mehr schaden warte warte er kann man ja hier bitte kombinieren kombinieren und dann hat jeder schaden ist drei richtig dürfte ich mal anmerken was fliegt da hinten in der luft ist das ein wollblock aber die dürfen nicht in der luft liegen das ist kein wort das wird das ist ein erdblock mit schnee bedeckt ich wollte allerdings suchen wie heißt nicht zu weit weg ich möchte hinten nachher wir versuchen ja ja aber was du hast jetzt zweimal schaden ist drei richtig nein habe ich dir schon hingeworfen der legt hinter dem ja ich sehe es gerade ich habe jetzt noch ein 1 mit smite 1 und unbreaking 1 das kann ich eigentlich verbrennen ja schon aber nicht gut dann werde ich jetzt lava platz sehen bitte nicht sterben dabei patrick nehmen doch einfach das feuerzeug ich habe jetzt ich habe noch eins ja aber das bringt dann nichts dann kannst du hier sie können weg das können weg kannst du den lapis einsammeln dein anteil dann würde ich sagen auf ins kampf gefecht oder so ich hätte auch eine axt gehabt aber warte 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 ich wird hier gerade rottet einfach nur noch vier leben wir müssen langsam auch mal anfangen wollen und so zu suchen ja machen wir jetzt wir wissen ja irgendwo in der nähe ist jemand irgendwo in der nähe muss wolle sein wir meinen wir haben jetzt ich habe es drei schwerter das ist schon mal sehr gut ich habe ein power bogen und zehn pfeile bräuchten hat noch unbedingt hühner wenn wir welche sehen und von büchern halte ich eh nichts deswegen sind uns kühe eigentlich egal wenn wir falls wir sterben würden würden wir für die nächste aufnahme session ja eh ein verzauberungs tisch bekommen jetzt an den regeln hat sie war noch kein verzauberungs tisch hat bei der zweiten aufnahme session wird ja auch hier ist komme ich jetzt komme das ist genau die ecke ist wo die anderen beiden die wolle gefunden haben schon weil das riecht hier sehr stark nach grau macht aber wolle ja wenn wir das winter biogen gehen die lasse zimmer ein hügel ein bisschen am rand bleiben wenn ich mittendrin und dann von den anderen überrascht werden vergesse ich immer hunger voll zu halten und so ja ja mache ich schon okay weil ich hätte hat echt bock auf hunde dann müssen wir gucken ob wir das hinkriegen ähm willst du da meine knochen haben ja wär gut und ich möchte wie gesagt mit ich bin so ja ich weiß ich bin auf dem wolf trip gelandet ich weiß verdammter brexer dem muss ich aber wieder was machen mal der höhleneingang da unten hat hier der haus sieht nervig rund alles kann alles kann ich hatte es probleme und es wurde gelootet ja doch irgendwo denn er noch wolle da hinten weiß ich sehr was von hier ich verzogen nein nicht so nicht so mit aber ich sehe mich so mal runter gehen ich werde da unten ist irgendwo was irgendwie ja ja wir gehen wir runter langsam nein wir machen jetzt mlg water ja ich nicht bitte auch nicht weil ich muss dann zusehen dass ich deine sachen wieder kriege da hinten ist es aber schon bock zu feiten aber wenn man jetzt wirklich alles verliert das ist ja richtig deprimierend nach wenn du ein bisschen zeug ein lagen das ist das team die waren hier aber 100 pro welche farbe haben die rot sicher ja sind der die rot sollte man ja sehen wo bist du ich bin ein bisschen hinterm dorf und brunnen was ich kann ich bin ich bin neben dem dorf und da wo der fluss ist das dorf durchgelaufen oder ja ja ich bin hinter dir vorsicht bin ich nicht schlagen danke ich werde gerne auf den berg gucken das sieht so einladend aus als wenn man da gerne einen ball block passieren würde okay was meinst du war das so auch so von alleine schon so kribbelig ist würde ich zumindest machen wenn ich eine auffällige farbe habe da drin darf nichts denn also in bergung zwischen verboten aber ich glaube glaube nicht dass die anderen auch schon hier waren irgendwie ja meine hoffnung ist ja dass das wir gerade von denen die wolle finden das ist ja auch irgendwo platziert haben ja klar so direkt am anfang werden sie nicht platziert haben weil die meisten sind alle in dieselbe richtung gelaufen nur wir waren am anfang alleine wir sind auch recht schnell stehen geblieben aber ich weiß nicht ob das dahinten kürbis ist da ist eine rose und dann laufen wir da halt mal hin das kann man da ist was oranges siehst du das da da ist so ein rosenbusch da drüber vielleicht täuscht es auch nur ich sehe es überhaupt nicht bald überall noch zuckerrohr ist ne ach so ich würde da echt mal hinken es kann gut sein dass es so voll ist aber ich glaube es ist aber es ist ein kürbis da ist halt die farbe orange dann auch wieder richtig geschickt irgendwie das gelesen das laufen mehrere die ganze zeit um ja wegen bogen wir brauchen mehr feine es gibt dir keine hühner das ist nicht am besten mal ein bisschen hat aber ja es ist ein kürbis er kommt zurück dann wird gleich weiter dann die weit laufen ehrlich gesagt ich glaube unsere wolle blöcke sind ganz gut platziert dadurch dass sie halt im wald sind ja und wirklich immer also meiner ist auf jeden Fall im dichten wald bei mir auch relativ dicht der gut das gehen hat drei blöckern das hat wirklich aber es ist echt das kann man mit kaninchen zu machen hast du was gesehen ich nehme zwischendurch machen bis blicken aber ich gerade eine relativ freie fläche für mich wundern wenn hier wolle ist oder so xp habe ich gerade eingesammelt ach so von dir okay ich hab gar gedacht irgendwann das offenbar wohl okay echt spaß zuerst dachte ich mir die ganze zeit so was ist das mit wolle blöcke und so herr ist schon seit der ersten season das ist ja der freund von der freundin vorsichtig ist eine spalte ich hab's gesehen ich fand ihre begrüßung irgendwie süß mit meinem schatzi warum hast du das nicht gesagt weil ich nicht mit meinem schatzi hier bin ach so warum wir müssen nächstes mal deinen freund dazu bekommen mitzuspielen ich kann minecraft ach nee du bist mit deinem hundi hier stimmt da war was ja die hündchen ja ist die frage eigentlich müssten wir unter die erde weiter level sammeln und unser gear auf werden eigentlich ist es dumm was wir hier machen und wir müssten die ganzen schweine töten weil die level geben was machen wir eigentlich hier doch die taktik die wir gerade verfolgen nur wolle suchen habe ich bin ich in UHC habe ich im UHC verkackt aber warte mal ich nehme mal ganz kurz ein anderes schwert um die schweine zu schlachten sehr gute idee tschüss und hallo tschüss und hallo tschüss ich hat rote fahrten das ginge schweine ja schweine die die Untertitelung des ZDF für funk, 2017